Musik Kennt ihr eigentlich Seebühl? Das Gebirgsdorf Seebühl am Bühlsee? Nein, nicht? Nun, wenn ihr Seebühl am Bühlsee nicht kennt, könnt ihr natürlich auch das Kinderheim in Seebühl am Bühlsee nicht kennen. Das bekannte Ferienheim für kleine Mädchen, wo unsere Geschichte anfing. Eine etwas verzwickte Geschichte. Ihr werdet manchmal höllisch aufpassen müssen, damit ihr alles haargenau und gründlich versteht. Zu Beginn geht es allerdings noch ganz gemütlich zu. Verwickelt wird es erst später. Augenblicklich baden die Kinder im See. Und am wildesten treibt es ein kleines neunjähriges Mädchen, das den Kopf voller Locken und Einfälle hat und Luise heißt. Luise Palfi aus Wien. Der Gong gilt für alle. Sogar für Luise. Ich komme ja schon. Ein alter Mann ist doch kein Schnellstuhl. Fräulein Ulrike, die junge Helferin im Kinderheim, treibt ihre schnatternde Herde vollzählig in den Stall, ach nein, ins Haus. Zwölf Uhr, auf den Punkt, wird zu Mittag gegessen. Und dann wird neugierig auf den Nachmittag gelauert. Warum? Am Nachmittag werden zwanzig neue erwartet. Zwanzig kleine Mädchen aus Süddeutschland. Sie kommen, sie kommen. Der Chauffeur hebt ein kleines Mädchen nach dem anderen aus dem Wagen und als er dem letzten die Arme entgegenhält, wehrt das Kind höflich und bestimmt ab. Die Kleine steigt allein aus. Verlegen lächelnd blickt sie in die Runde. Plötzlich macht sie große Augen. Die starrt Luise an. Nun reißt auch Luise die Augen auf und blickt der Neuen erschrocken ins Gesicht. Die anderen Mädchen und Fräulein Ulrike schauen perplex von einer zu anderen. Luise und die Neue sehen einander zum Verwechseln ähnlich. Zwar die eine hat lange Locken und die andere streng geflochtene Zöpfe, aber es ist auch wirklich der einzige Unterschied. Die Neuen sind gesund, munter und vollzählig eingetroffen, Frau Muthesius. Freut mich, Dankeschön. Ja, aber da wäre noch etwas. Ja? Es handelt sich um Luise Palfi. Na, her mit dem Fratz. Was hast du denn wieder ausgefressen? Nichts diesmal. Es ist bloß, kommt mal her, ihr beiden. Nur keine Angst. Das ist eine neue Frau Muthesius. Sie heißt Lotte Körner und kommt aus München. Seid ihr miteinander verwandt? Nein? Ist ja seltsam. Nun, zwei Mädchen, die einander so ähnlich schauen, die werden sich ja gute Freundinnen werden. Na, das steht doch nicht so fremd beieinander, Kinder. Kommt, gebt euch die Hand. Nein. Tch, na so etwas. Die beiden laufen einfach weg. Ach, einen Augenblick noch, Ulrike. Ach so, ja, die Papiere, Dankeschön. Merkwürdig. Hm. Also, ich denke, wir sollten unsere kleinen Doppelgängerin im Speisesaal nebeneinander setzen. Und Lotte Körner geben wir das Bett neben Luise Palfi, damit sie sich aneinander gewöhnen. Jawohl, Frau Muthesius. Lotte geht den Korridor entlang, öffnet eine Tür und fängt an, ihre Sachen in den ihr zugewiesenen Schrank zu räumen. Als ihr die Fotografie einer jungen Frau in die Hand fällt, schaut sie das Bild zärtlich an und versteckt es dann sorgfältig unter der Wäsche. Nun ist es Nacht geworden. Die Kinder schlafen, alle. Bis auf zwei. Diese zwei haben einander den Rücken zugekehrt, tun, als schliefen sie fest, liegen aber mit offenen Augen da und starren vor sich hin. Luise blickt böse auf die silbernen Kringel, die der Mond auf ihr Bett malt. Lotte kommt da ein wildfremdes Mädchen mit ihrem Gesicht daher. So eine Frechheit. Plötzlich spitzt sie die Ohren. Sie hört leises, krampfhaft unterdrücktes Weinen. Lotte presst die Hände auf den Mund. Da liegt sie nun in der Fremde, neben einem bösen Mädchen, das sie hasst, weil sie ihm ähnlich ist. Lotte hat Heimweh. Sie möchte nach Hause zu ihrer Mutter. Lotte seufzt leise. Da streicht plötzlich eine kleine fremde Hand über ihr Haar. Lottchen wird stocksteif vor Schreck. Luises Hand streichelt schüchtern weiter. Der Mond schaut durch das große Schlafsaalfenster und staunt nicht schlecht. Da liegen zwei kleine Mädchen nebeneinander, die sich nicht anzusehen wagen, und die eine, die eben noch weinte, tastet jetzt mit ihrer Hand ganz langsam nach der streichelnden Hand der anderen. Am anderen Morgen sitzt Lotte ein Blumenkränzchen auf den Zöpfen, allein auf der Wiese und ist damit beschäftigt, einen zweiten Kranz zu winden. Ein Schatten fällt über ihre Schürze. Sie blickt auf. Luise steht vor ihr und tritt verlegen von einem Bein aufs andere. Lotte wagt ein schmales Lächeln. Luise lächelt erleichtert zurück. Willst du den Kranz, Luise? Ja, aber nur, wenn du ihn mir aufsetzt. Schön steht er dir. Bist du mir noch böse, Lotte? Es kam so plötzlich. Der Autobus und dein Du, das war ein Schreck. Ja, so ein Schreck. Dabei ist es eigentlich furchtbar lustig, nicht? Lustig? Ähm, sag mal, hast du Geschwister? Nein, ich auch nicht. Beide schleichen sich in ihr Zimmer und stellen sich vor einen Spiegel. Lotte beginnt, Luises Locken mit Kamm und Bürste zu striegeln. Au, oh, du tust mir ja weh, Lottchen. Willst du wohl ruhig sein? Wenn dir deine Mutti Zöpfe pflegt, wird nicht geschrien. Ich hab doch gar keine Mutti. Deswegen, au, deswegen bin ich ja auch so ein lautes Kind, sagt mein Vater. Zieht er dir denn nie die Hosen strafen, Luise? Ach wo, dazu hat er mich viel zu lieb. Das hat doch damit nichts zu tun. Und außerdem hat er den Kopf voll. Es genügt doch, dass er eine Hand frei hat. Dann sind Luises Zöpfe fertig und nun schauen die Kinder mit brennenden Augen in den Spiegel. Zwei völlig gleiche Mädchen blicken in den Spiegel hinein. Zwei völlig gleiche Mädchen blicken aus dem Spiegel heraus. Wie zwei Schwestern. Ist dein Vater schon lange tot? Ich weiß es nicht. Mutti spricht niemals von ihm und fragen möchte ich nicht gern. Ich kann mich an meine Mutti gar nicht mehr erinnern. Weißt du, früher stand auf Vaters Flügel ein großes Bild von ihr. Einmal kam er dazu, wie ich es mir ansah und am nächsten Tag war es fort. Er hat es wahrscheinlich im Schreibtisch eingeschlossen. Du bist doch auch neun Jahre alt? Ja, am 14. Oktober werde ich zehn. Am 14. Oktober? Ja, am 14. Oktober. Ich auch. Und wo bist du geboren? In Linz, an der Donau. Ich auch. Ich habe ein Foto von meiner Mutti im Schrank. Zeig es mir. Ja, jetzt gleich. Hastig kramt Lotte in ihrem Schrank. Unter dem Wäschestapel holt sie eine Fotografie hervor und hält sie Luise hin. Meine Mutti. Unsere Mutti. Ich schenke dir das Bild, ja? Oh ja. Fräulein Ulrike steht im Büro und hat vor Aufregung krebsrote kreisrunde Flecken auf beiden Backen. Ich kann es nicht für mich behalten. Ich muss mich Ihnen anvertrauen, Frau Muthesius. Wenn ich nur wüsste, was wir tun sollen. Na, na. Was drückt Ihnen denn das Herz ab, meine Liebe? Luise Palfi und Lotte Körner. Aha. Ich habe im Aufnahmebuch nachgeschlagen. Sie sind beide am selben Tag in Linz geboren. Das kann kein Zufall sein. Tja. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, meine Liebe. Ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht. Sie wissen es also? Natürlich. Als ich die kleine Lotte nach ihren Daten gefragt hatte, vergliche ich sie mit Luises Geburtstag und Geburtsort. Das lag doch einigermaßen nahe, nicht wahr? Ja, ja. Und was geschieht nun? Nichts. Nichts? Aber... Kein Aber. Die Kinder ahnen nichts. Sie haben sich beim Herrn Eipeldauer im Dorf fotografieren lassen und werden die Bildchen heimschicken. Wenn sich die Fäden dadurch entwirren. Gut. Doch Sie und ich, wir wollen uns hüten, Schicksal zu spielen, nicht wahr? Ich danke Ihnen für Ihre Einsicht, meine Liebe. Aber Lotte und Luise haben die Fotos nicht nach Hause geschickt. Sie liegen in lauter kleinen Fetzen zerpflückt auf dem Grund des flaschengrünen Bühlsees bei Bühl. Die Kinder wollen ihr Geheimnis für sich behalten. Sie wollen es zu zweit verbergen und vielleicht zu zweit enthüllen. Die beiden hängen wie die Kletten zusammen. Sie wissen wechselweise schon recht gut Bescheid über die Lebensgewohnheiten, über die Schulkameradinnen, die Nachbarn, die Lehrerinnen und Wohnungen der anderen. Tag für Tag sprechen sie von nichts anderem und natürlich plagt sie das Geheimnis. Warum sind die Eltern nicht mehr zusammen? Die Ferien gehen dem Ende zu. Die Zwillinge sitzen im Garten und basteln an ihrem Plan. Also schreib auf, Luise. Am liebsten mag Mutti Nudelsuppe mit Rindfleisch. Und das Rindfleisch holst du bei Metzger Huber. Ein halbes von Quereppe. Schön durchwachsen. Metzger Huber? Max-Emmanuel-Straße, Ecke-Prinz-Eugen-Straße. Das Kochbuch steht im Küchenschrank, im untersten Fach, ganz links. Kochbuch, Küchenschrank, unteres Fach, ganz links. Du, vor dem Kochbuch habe ich eine Heidenangst, Lotte. Aber wenn es in den ersten Tagen schief geht, kann ich vielleicht sagen, ich hätte es in den Ferien verlarmt, was? Na klar. Außerdem kannst du mir ja gleich schreiben, wenn etwas nicht klappt. Postlagernd. Ich gehe dann jeden Tag aufs Postamt und frage, ob etwas angekommen ist. Ich auch. Schreib nur recht oft. Ich werde es brauchen. Ja. Und mit dem Schulweg hast du es leichter als ich. Mhm. Du sagst der Resi ganz einfach, sie soll dich am ersten Tag abholen. Das macht sie manchmal. Dann läufst du eben ganz gemütlich neben ihr her und merkst dir die Straßenecken und den übrigen Pallabatsch. Ja, das ist gut. Ach, da fällt mir noch was Wichtiges ein, Luise. Vergiss ja nicht, Mutti einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, wenn sie dich zu Bett bringt. Das brauche ich mir nicht aufzuschreiben. Das vergesse ich bestimmt nicht. Hör mal, unser Vater hat doch keine neue Frau. Nein, das wüsste ich bestimmt, Lotte. Vielleicht eine, mit der er nicht verheiratet ist. Bekannte hat er natürlich. Auch Frauen. Aber du sagst er zu keiner. Und wie ist das mit Mutti? Ich meine, hat Mutti einen guten Freund? Nein, Mutti hat mich und ihre Arbeit und sonst will sie nichts vom Leben, sagt sie. Ja, aber warum sind sie denn dann geschieden? Verstehst du das, Lotte? Warum ist Vater in Wien und Mutti in München? Warum haben sie uns halbiert? Warum haben sie uns nie gesagt, dass wir gar nicht einzeln, sondern dass wir Zwillinge sind? Warum hat Vater denn nichts davon erzählt, dass Mutti lebt? Und Mutti hat dir verschwiegen, dass Vati lebt. Schöne Eltern haben wir, was? Na warte, wenn wir ihnen mal die Meinung geigen. Die beiden werden staunen. Das dürfen wir doch gar nicht. Wir sind ja nur Kinder. Nur... Merkt ihr, was sich anspinnt? Die Zwillinge wollen den Eltern nicht verraten, dass sie Bescheid wissen. Sie sind zu einer Verschwörung entschlossen. Vielleicht wird es ihnen gelingen zu enträtseln, warum die Eltern getrennt leben. An einem kühlen Morgen in aller Herrgottsfrühe fahren aus der Bahnstation Egern bei Seebühl am Bühlsee zwei Züge. Lotte fährt als Luise nach Wien und Luise fährt als Lotte nach München. Auf dem Hauptbahnhof von München am Bahnsteig 16 ist der Strom der Aussteigenden verebbt. Nur ein einziges Kind steht noch da. Ein Mädchen mit Zöpfen und Zopfschleifen. Bis gestern trug es noch Locken. Bis gestern hieß es Luise Palfi. Es beißt die Zähne fest zusammen. Im Bahnhof einer fremden Stadt auf seine Mutter zu warten, die man nur als Fotografie kennt. Das ist kein Kinderspiel. Frau Luise Lotte Palfi, die sich seit ihrer Scheidung wieder Luise Lotte Körner nennt, ist im Verlag der Mönchner Illustrierten, wo sie als Bildredakteurin angestellt ist, beruflich aufgehalten worden. Endlich hat sie ein Taxi ergattert. Endlich hat sie eine Bahnsteigkarte erkämpft. Endlich hat sie im Dauerlauf den Bahnsteig 16 erreicht. Der Bahnsteig ist leer. Nein. Ganz hinten sitzt ein kleines Mädchen auf einem Koffer. Die junge Frau rennt los. Lottchen! Mutti! Mein Hausmütterchen! Endlich, endlich habe ich dich wieder, Lottchen! Frau Luise Lotte Körner hat ihre Tochter gerade noch in die winzige Wohnung in der Max-Emmanuel-Straße bringen können. Dann musste sie sehr ungern und sehr schnell wieder in den Verlag fahren. Luise hat sich kurz in den Zimmern umgesehen. Dann geht sie einkaufen. Wo ist jetzt bloß das Geschäft von der Frau Wagenthaler? Das hat mein Lottchen gar nicht so genau erklärt. Na nu, machst du auf der Straße Schularbeiten, Lotte? Heute Winter noch Ferien. Äh, grüß Gott, kommst mit? Ich muss zur Frau Wagenthaler Suppengrün kaufen. Na klar komm ich mit. Luise hängt sich bei der anderen ein. Wenn sie wenigstens wüsste, wie das sommersprossige Ding mit Vornamen heißt und lässt sich von ihr, ohne dass sie es merkt, zum Laden von Frau Wagenthaler lotsen. Als der Einkauf erledigt ist, erhalten die Mädchen von der Frau Wagenthaler je einen Bonbon und außerdem den Auftrag, der Frau Körner und der Frau Habersetzer einen schönen Gruß auszurichten. Da fällt der Luise Einstein vom Herzen. Endlich weiß sie, dass die andere die grässliche Anni Habersetzer sein muss. Ehe ich es vergesse, Anni, dreimal war ich mit dir böse, wegen der Ilse Merck und so. Du weißt schon, das nächste Mal bin ich dir nicht bloß böse, sondern... Das werden wir hier sehen. Gleich morgen werden wir das sehen. Die ist wohl in den Pferchen übergeschnappt. Luise hat sich eine Schürze von der Mutter umgebunden und rennt in der Küche verzweifelt zwischen dem Gasherd und dem Tisch hin und her, auf dem das Kochbuch aufgeschlagen liegt. Wie viel Salz sollte ins Nudelwasser? Ach ja, ein halber Esslöffel. Wimmelswillen, gleich kommt Mutti nach Hause und ich bin nicht fertig. Du lieber Gott, das schaffe ich nie. Grüß Gott, Lottchen. Schimpf nicht mit mir, Mutti. Ich glaube, ich kann nicht mehr kochen. Aber Lottchen, kochen verlernt man doch nicht. Na komm, ich helfe dir schnell. Endlich sitzen Mutter und Tochter im Wohnzimmer unter der Lampe und löffeln Nudelsuppe. Es schmeckt doch sehr gut, nicht wahr, Lottchen? Ja, wirklich? Na, die nächsten Tage werde ich selber kochen und du wirst schön aufpassen dabei, ne? Oh ja. Na, fein. Dann kannst du es bald wieder wie vor den Ferien. Vielleicht sogar noch besser. Ja, eben. Nach dem Essen waschen beide gemeinsam das Geschirr ab. Dann bringt die Mutter ihr Lottchen ins Bett. So, mein Herzblatt, nun schlaf recht gut und träum was Schönes, hm? Wenn ich nicht so müde bin, kommst du auch bald? Ja, gleich. Sobald du eingeschlafen bist, hm? Gute Nacht, Mutti. Ich bin ja so froh, dass du wieder daheim bist, Lottchen. Ich auch, Mutti. Sowohl im Restaurant als auch in der Küche des Hotels Imperial in Wien herrscht wohlwollende Aufregung. Der Liebling der Stammgäste und der Angestellten, die Tochter des Opernkapellmeisters Palfi, ist wieder da. Eben erscheint der Hofrat Strobel mit seinem Hund Pippel. Schau, wer wieder da ist, Päpperl. Geh hin und sag dem Lüserl, grüß Gott. Ja, mei. Kennst du denn deine beste Freundin nicht mehr? Bloß, weil es ein paar Wochen auf dem Land war? Wozu reden die Leute eigentlich immer vom untrüglichen Instinkt der Tiere? Man kann nur den Kopf schütteln, gell, Herr Kapellmeister? Ja, da haben Sie recht, Herr Hofrat. Ah, ich es vergesse, Lüserl. Hier ist eine Eintrittskarte für die Oper. Heute Abend dirigiere ich Hänsel und Gretel von Humperding. Die Resi bringt dich ins Theater und holt dich nach Schluss wieder ab. Oh, kann ich dich von meinem Platz aus sehen, Pati? Freilich, Lüserl. Und guckst du manchmal zu mir hin? Na, selbstverständlich. Und darf ich ein bisschen winken, wenn du guckst? Ich werde sogar zurückwinken, Lüserl. Aber jetzt muss ich noch ein paar Stunden arbeiten im Atelier in der Ringstraße. Du weißt ja, komponieren kann ich nicht zu Hause. Am Abend sitzt Lottchen in Luises schönstem Kleid in einer Rangloge der Wiener Staatsoper und schaut mit brennenden Augen zum Orchester hinunter, wie wundervoll Vati im Frack aussieht. Plötzlich klappt die Logentür und eine elegante junge Dame rauscht herein, setzt sich an die Brüstung und lächelt Lotte zu. Guten Abend. Guten Abend. Der Kapellmeister Palfi verbeugt sich einige Male zum Publikum. Und dann sieht er zur Loge empor. Lotte winkt schüchtern mit der Hand. Vati lächelt zärtlich zurück. Plötzlich merkt Lotte, dass nicht nur sie mit der Hand winkt, sondern auch die Dame neben ihr. Die Dame winkt Vati zu. Vielleicht hat er ihretwegen so zärtlich gelächelt und gar nicht wegen seiner Tochter. Lotte, wieso hat Luise ihr nichts von dieser jungen Frau erzählt? Kennt Vati sie noch nicht so lange? Lotte notiert im Gedächtnis heute noch an Luise schreiben, ob sie etwas weiß. Da beugt Fräulein Gerlach, so heißt die elegante junge Dame, sich zu Lotte hinüber und schiebt ihr eine Konfektschachtel zu. Willst du auch ein bisschen knuspern? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie vielmals, dass jetzt die Schokolade heruntergefallen ist. Ach, das macht nichts, Luise. Dann hebt sich der Vorhang. Nach der Vorstellung wird Lotte von der mürrischen Resi abgeholt und nach Hause ins Bett gebracht. Ach, Resi, es war wunderschön in der Oper. So, ist ja fein. Sag, magst du vielleicht noch was essen, Luise? Nein, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Ich bin ja so müde. Lotte vermisst den Gute-Nacht-Kuss der Mutter sehr. Aber noch bevor sie richtig traurig werden kann, ist sie fest und tief eingeschlafen. Die Zeit vergeht. Seit jenem ersten Tag und jener ersten Nacht sind Wochen ins Land gegangen. Bisher ist alles gut abgelaufen. In Wien ist der Vater öfter daheim als früher, wenn das auch Fräulein Irene Gerlach nicht besonders recht ist. Und sie hat den Herrn Kapellmeister deswegen gewissermaßen zur Rede gestellt. Sehr vorsichtig natürlich, denn Künstler sind empfindlich. Ja, weißt du, Irene, neulich komme ich doch dazu, wie das Luise am Klavier sitzt und still vergnügt auf den Tasten klimpert. Dazu singt ihr ein kleines Liedchen, einfach herzig. Wo sie doch früher nicht ans Klavier hingegangen wäre und wenn man sie hingeprügelt hätte. Und? Ja, und seitdem gebe ich ihr halt Klavierunterricht. Es macht ihr höllischen Spaß. Mir übrigens auch. Ich dachte, du wärst Komponist und nicht Klavierlehrer für kleine Mädchen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben so viel komponiert wie gerade jetzt. Und noch nie so etwas Gutes. Was wird es denn werden? Eine Kinderoper. In München hat die Mutter festgestellt, dass Lottchen zwar wieder kochen kann, aber nicht mehr so häuslich und in der Schule nicht mehr so fleißig ist dafür, aber quirliger und lustiger als früher. Eines Tages wird sie zu Fräulein Linnekogel, Lottes Klassenlehrerin, bestellt. Frau Körnig, ich muss Ihnen leider sagen, dass sich Ihre Tochter sehr verändert hat. Erschreckend verändert, muss ich sagen. Ja, finden Sie wirklich, dass ein bisschen Unaufmerksamkeit in der Rechenstunde und ein paar Tintenglecks im Schreibheft... Das Schreibheft, ein glänzendes Beispiel, Frau Körner. Gerade Lottes Schrift zeigt, wie sehr das Kind, ich möchte sagen, die innere Harmonie, ja die seelische Balance verloren hat. Aber lassen wir mal die Schrift beiseite. Finden Sie es in Ordnung, dass Lotte neuerdings Mitschülerinnen verprügelt? Mitschülerinnen, voller Linnekogel? Ja, meines Wissens hat sie nur die Anni Habersetzer geschlagen. Nur? Aber Frau Körner... Ja, und diese Anni Habersetzer hat die Urfeigen redlich verdient, voller Linnekogel. Von irgendwem muss sie sie ja schließlich endlich mal kriegen. Aber Frau Körner... Ja, ein großes, gefräßiges Ding, das eine Gehässigkeit heimlich an den Kleinsten der Klasse auszulassen pflegt, sollte von der Lehrerin nicht noch in Schutz genommen werden, voller Linnekogel. Wie bitte? Wirklich? Na, davon weiß ich ja gar nichts. Ja, dann fragen Sie nur die arme kleine Ilse Merck. Vielleicht erzählt die Ihnen einiges. Und warum hat mir Lotte nichts gesagt, als ich Sie bestraft habe? Tja, dazu fehlt es ihr wohl an der... Um mit Ihnen zu sprechen, voller Linnekogel... An der seelischen Balance. Frau Körner hat sich nachdenklich verabschiedet. Dann ist sie in den Verlag gesaust. In Wien, in der Roten Turmstraße, tritt Lotte aus der Wohnung und klingelt an der gegenüberliegenden Tür. Da haust ein Maler namens Gabele, der Sie gern einmal zeichnen möchte. Ah, du, Luiserl. Grüß Gott, Herr Gabele. Heute habe ich Zeit für Sie, zum Malen. Das ist aber fein, Luiserl. Komm, setz dich da in den Sessel. Dieses schlechte Licht rein. Gar nichts kann man sehen. Tja, ein Atelier müsste man haben. So, Luiserl. Dann wollen wir mal. Warum mieten Sie sich denn keins, Herr Gabele? Weil es keine zu mieten gibt. Ateliers sind selten. Fatih hat ein Atelier. Mit großen Fenstern und Licht von oben. Am Kärntnerring. Zum Komponieren braucht man doch gar nicht so viel Licht wie zum Malen. Nicht wahr, Herr Gabele? Nein, das braucht man nicht, Luiserl. Eigentlich könnte Fatih doch mit Ihnen tauschen. Dann hätten Sie größere Fenster. Und mehr Licht zum Malen. Und Fatih hätte eine Wohnung zum Komponieren. Gleich hier, neben der anderen. Wäre das nicht praktisch? Das wäre in der Tat praktisch, Luiserl. Es fragt sich nur, ob der Papa der gleichen Meinung ist. Na, ich werde ihn fragen, Herr Gabele. Gleich nachher. Herr Palfi sitzt in seinem Atelier und hat Besuch. Damenbesuch. Fräulein Irene Gerlach hat zufällig, ganz in der Nähe, Besorgung machen müssen. Und da hat sie sich gedacht, springst mal g'schwind zum Ludwigen nach, gell? Die Irene Gerlach weiß, was sie will. Sie will Herrn Palfi heiraten. Er ist berühmt, er gefällt ihr, sie gefällt ihm. Allzu große Schwierigkeiten stehen also nicht im Wege. Grüß Gott, Fatih. Ich wollte dir ein paar Blumen bringen. Oh, guten Tag, Fräulein Gerlach. Soll ich rasch einen Kaffee kochen? Wir müssen doch deinem Besuch etwas anbieten, Fatih. Wenn man dich und deine Tochter so sieht, hat man den Eindruck, dass du unter ihrem Pantoffel stehst. Na ja, sie hat neuerdings eine ziemlich entschlossene Acht. Aber was sie tut, ist goldrichtig, da kann's nix machen. Aber für einen Kaffee ist schon ein bisschen spät, hm? Dankeschön, Luisa. Und Sie, Fräulein Gerlach? Nein, nein, danke, Luisa. Ich muss wieso gleich wieder gehen? Darf ich mich ein bisschen dazusetzen? Neben dir, Fatih? Ja, natürlich, Kind. Komm, setz dich. Ich war eben bei Herrn Gabele, Fatih. Aha. Hat er dich gezeichnet? Ja, nur ein bisschen. Weißt du, er hat zu wenig Licht. So? Vor allem braucht er welches von oben, sagt er. So wie hier. Na, dann soll er sich halt ein Atelier mit Oberlicht mieten? Das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber sie sind alle vermietet, die Ateliers. Sag mal, Fatih, zum Komponieren braucht man doch eigentlich gar kein Oberlicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Wenn du nur mit Herrn Gabele tauschen würdest, Fatih. Aber. Dann, dann hätte Herr Gabele ein Atelier. Mit so viel Licht, wie er braucht. Und du wohnst direkt neben uns. Neben Resi und mir. Dann bist du allein, genau wie hier. Und wenn du nicht allein sein willst, gehst du bloß über den Flur und bist da. Ach. Du brauchst nicht einmal einen Hut aufzusetzen. Ja, ich muss jetzt allerschnellstens haben. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Es waren ja aber auch so interessante Gespräche. Auf Wiedersehen, Luise. Auf Wiedersehen, Fräulein Gerlach. Auf heute Abend, also. Vielleicht hast du keine Zeit. Wieso, liebe Lieblings? Vielleicht ziehst du gerade um. Lach nicht so früh. Wie ich deine Tochter kenne, hat sie bereits die Möbelpacker bestellt. Herr Palfi kehrt in sein Atelier zurück. Er schlägt ein paar Takte auf dem Flügel an. Er geht mit großen Schritten in dem Raum auf und ab. Hör mal, Luise, ich hab's nicht gern, wenn sich andere Leute für mich den Kopf zerbrechen. Auch meine Tochter nicht. Ich weiß selber, was für mich am besten ist. Natürlich, Fatih. Sag mal, kommst du heute zum Abendessen? Nein, heute nicht. Na, dann grüß Gott, Fatih. Grüß Gott, Luise. Wieder sind Wochen vergangen. Fräulein Irene Gerlach hat den Auftritt im Atelier nicht vergessen. Sie hat den Vorschlag des Kindes, der Vater möge die Wohnung am Ring mit der des Malers Gabel tauschen, als das aufgefasst, was es war, als Kampfansage. Aber sie kennt ihre Waffen und weiß sie zu gebrauchen, bis der Herr Kapellmeister kapituliert. Eines Abends steigt Herr Ludwig Palfi langsam die Treppe zu seiner Wohnung hinauf. Die Stufen tun, als wären sie doppelt so hoch wie sonst. Er hängt den Mantel und den Hut an einen Garderobenhaken, zieht das Jackett straff und öffnet die Zimmertür. Fatih, soll ich dir einen Kaffee machen? Nein, danke, danke. Ich muss mit dir sprechen, bitte setz dich. Ja, also, Luise, es handelt sich um eine wichtige und ernste Angelegenheit. Seit deine Mutter nicht mehr da ist, bin ich allein gewesen, sieben Jahre lang. Natürlich nicht völlig allein, ich habe ja dich gehabt und ich habe dich ja noch. Kurz und gut, ich will nicht länger allein sein. Es wird sich etwas ändern in meinem und dadurch auch in deinem Leben. Ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten. Nein, bitte nein, Fatih, bitte nein, bitte nein. Aber du kennst doch Fräulein Gerlach bereits. Sie hat dich sehr gern und sie wird dir eine gute Mutter sein. Böse Stiefmütter kommen überhaupt nur noch im Märchen vor. Also, Luise, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist der vernünftigste kleine Kerl, den es gibt. So, und jetzt muss ich gehen mit dem Loser, den Rigoletto, karapitieren. Fatih. Lotte ist aus ihrer Betäubung erwacht. Auch in der Verzweiflung bewahrt und bewährt sich ihr praktischer Sinn. Was ist zu tun? Denn dass etwas getan werden muss, steht fest. Niemals darf Fatih eine andere Frau heiraten. Niemals. Es bleibt nur ein Weg und diesen Weg muss Lottchen selber gehen. Sie holt das Telefonbuch. Gerlach, Gerlach, ach da, Gott sei Dank, es gibt nicht viele Gerlachs. Gerlach, Dieter, Trafikant, nein. Gerlach, Stefan, Generaldirektor der Wiener Gaststätten GmbH, Kobenzelallee 43. Ach ja, das wird er sein. Der Vater hat doch neulich erzählt, Fräulein Gerlachs Vater gehörten Hotels und Restaurants. Kobenzelallee, Kobenzelallee. Ach, die Resi wird mir schon erklären, wie ich da hinkomme. Was willst du denn in der Kobenzelallee, Luise? Och, ich muss wen sprechen. So? Nein. Komm aber bald wieder, gell? Ein Stubenmädchen tritt in Irene Gerlachs elegantes Zimmer und meldet Luise Palfi an. Wie nett, dass du mich besuchen kommst. Da sieht man's, wie unaufmerksam ich bin. Ich hätte dich schon längst einmal einladen sollen. Willst du nicht ablegen? Danke. Ich will nicht lange bleiben. So. Aber zum Hinsetzen wirst du hoffentlich Zeit haben. Bist du zufällig hier vorbeigekommen, Luisa? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin ganz ohr, Luisa. Warum handelt es sich denn? Vati hat gesagt, dass sie ihn heiraten wollen. Hat er das wirklich gesagt? Hat er nicht eher gesagt, dass er mich heiraten will? Aber das ist wohl Nebensache. Also, ja, Luisa, dein Vati und ich, wir wollen heiraten. Und du und ich werden gewiss gut miteinander zurechtkommen. Davon bin ich fest überzeugt. Du nicht? Pass auf. Wenn wir erst einige Zeit zusammen gewohnt und gelebt haben, werden wir die besten Freundinnen geworden sein. Wir wollen uns beide Mühe geben. Ja? Hier hast du meine Hand darauf. Sie dürfen Vati nicht heiraten. Und warum nicht? Weil sie es nicht dürfen. Das ist ja wohl keine sehr befriedigende Erklärung. Du willst mir verbieten, die Frau deines Vaters zu werden? Ja. Das ist wirklich allerhand. Ich muss dich bitten, jetzt nach Hause zu gehen. Ob ich deinem Vater von diesem merkwürdigen Besuch erzähle, werde ich mir noch überlegen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie uns so, wie wir sind. Bitte, bitte. Lotte ist nach Hause gegangen. Der Kapellmeister Palfi kommt heute nicht zum Abendessen, da er in der Oper dirigieren muss. Resi leistet dem Kind, wie immer in solchen Fällen, Gesellschaft bei Tisch. Du isst ja heute gar nichts, Luisa. Und ausschauen tust wie ein Geist, Reinweg zum Fürchten. Was ist denn los mit dir? Gib mal deine Hand her. Mei, du hast ja Fieber, Luisa. Gleich gehst du ins Bett. Komm, ich trag dich. Nichts dem Vati erzählen, Resi. Bitte, bitte. Hörst du? Na, na, lass nur gut sein, Luisa. Und schlaf jetzt erst einmal. Resi deckt das Kind zu und türmt Kissen und Decken übereinander. Dann rennt sie zum Telefon und ruft den Herrn Hofrat Strobel an, der sofort zu kommen verspricht. Er ist genauso aufgeregt wie die Resi. Sie ruft auch noch in der Staatsoper an, wo man verspricht, dem Herrn Kapellmeister Bescheid zu geben. Nach der Vorstellung raste Herr Kapellmeister Palfi Hals über Kopf heim, das Taxi kann gar nicht schnell genug um die Ecke jagen. In der Roten Turmstraße findet er den Herrn Hofrat am Bett seines Kindes. Wie geht's ihr denn, Herr Hofrat? Nicht gut. Ich habe ihr eine Spritze gegeben. Masern? Ach, keine Spur. Das Kind macht offenbar eine schwere seelische Krise durch. Wissen Sie etwas davon? Nein. Haben Sie wenigstens eine Vermutung? Ich weiß freilich nicht, ob es damit etwas zu schaffen hat. Aber heute Nachmittag ist sie ausgegangen, weil sie wen sprechen müsste. Und ehe sie ging, hat sie mich gefragt, wie sie am besten zur Kobenzlallee käme. Zur Kobenzlallee? Zur Kobenzlallee. So, ich gehe schnell telefonieren. Irene Gerlach? Irene, war Luise heute Nachmittag bei dir? Ja, aber wieso erzählt sie dir das? Und was wollte sie? Das lass dir nur auf von ihr erzählen. Ach, antworte doch bitte, Irene. Wenn man es genau nimmt, kam sie, um mir zu verbieten, deine Frau zu werden. Was ist los? Der Chefredakteur der Münchner Illustrierten, Dr. Bernau, stöhnt auf. Sauergurtenzeit, Frau Körner. Wo sollen wir ein aktuelles Titelbild hernehmen und nicht stehlen? Neopress hat Fotos von der neuen Meisterin im Brustschwimmen geschickt, Dr. Bernau. Ist sie hübsch? Oh, fürs Schwimmen reicht es immer. Moment mal. Ich habe doch da neulich von irgendwo einem ulkigen Dorflichtbild Künstler Fotos geschickt gekriegt. Zwillinge sind drauf. Ein paar reizende kleine Mädels. Zum Schießen ähnlich. Was seid ihr denn, ihr kleinen Frauenzimmer? Sowas gefällt dem Publikum immer. Eine gefällige Unterschrift dazu. Und wenn schon nichts aktuelles, nur eben ein paar hübsche Zwillinge. Na, na endlich. Da sind sie ja. Wird gemacht, Frau Körner. Hier, bitte. Na nun. Körner. Sie stehen ja da wie Lohzweib als Salzhäule. Hallo. Aufwachen. Oder ist Ihnen schlecht geworden? Nur ein bisschen, Herr Doktor. Geht schon wieder. Na also. Suchen Sie das geeignste Bild aus und dicten Sie eine Unterschrift, dass unseren Lesern das Herz im Leibe lacht. Sie können das ja erstklassig. Doktor, vielleicht sollten wir sie doch nicht bringen. Warum nicht, hochgeschätzte Kollegin? Ich weiß nicht. Ich, ähm, ich halte die Aufnahmen nicht für echt. Zusammenkopiert, was? Ja. Ach, da tun Sie dem Herrn Eibeldauer in Seebühl am Bühlsee entschieden zu viel Ehre an. So raffiniert ist der nicht. Also rasch ans Werk, liebwerte Dame. Die Unterschrift hat bis morgen Zeit. Ich kriege den Text noch zu Gesicht, bevor Sie ihn in den Satz geben. Ja? Ja. Ja, gut, Herr Doktor Berner. Mein Gott, die Kinder in den Ferien, im Kinderheim, natürlich. Warum hat Lottchen mir bloß nichts davon erzählt? Warum hat sie die Bilder nicht mitgebracht? Als sich die beiden fotografieren ließen, haben sie es doch nicht ohne Absicht getan. Die Gedanken fahren in Frau Körners Kopfkarussell. Ihre beiden Kinder. Das Kinderheim. Sie muss mit Lottchen reden. Aber ist es denn Lotte, mit der sie sprechen will? Frau Körner zwingt sich mit eiserner Energie zur Ruhe und sucht zunächst noch einmal Fräulein Linnegurgel auf. Das ist eine mehr als merkwürdige Frage, die Sie an mich richten, Frau Körner. Ob ich es für möglich halte, dass Ihre Tochter nicht Ihre Tochter, sondern ein anderes Mädchen ist? Erlauben Sie aber. Nein, nein, ich bin nicht verrückt von der Linnegurgel, wirklich nicht. Sehen Sie sich bitte diese Fotografie an. Ach. Ja, ich habe nämlich zwei Töchter. Und die zweite lebt bei meinem geschiedenen Mann in Wien. Das Bild hier kam mir vor etlichen Stunden durch einen Zufall in die Hände. Ich hatte keine Ahnung, dass sich die Kinder in den Ferien begegnet sind. Und die beiden haben bis dahin nichts voneinander gewusst, Frau Körner? Nein, mein Mann und ich haben das damals so vereinbart, ja, weil wir es für das Beste hielten. Und Sie haben von Ihrem Mann und Ihrem anderen Kind nie wieder gehört? Nein, nie. Hat er wieder geheiratet? Tja, ich weiß es nicht. Ich glaube kaum. Er meinte, er eigne sich nicht fürs Familienleben. Das ist ja eine höchst abenteuerliche Geschichte. Tja. Sollten die Kinder wirklich auf die absurde Idee verfallen sein, einander auszutauschen? Das heißt, wenn ich mir Lottchens Wandlung vor Augen halte und dann die Schrift, Frau Körner, die Schrift... Ja, eben. Ich kann es kaum fassen, aber es würde manches erklären. Tja, und was wollen Sie denn jetzt tun? Wenn ich das nur wüsste, Fräulein Lindekugel. Die junge Frau geht heim. Neugier und Angst streiten in ihrem Herzen, dass es ihr fast den Atem nimmt. Heute riet's aber gut bei uns. Was gibt's denn? Schweinsrippeln mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Wie schnell du das kochen gelernt hast, Lottchen. Nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass ich... Luise. Luise. Mutti. Stunden sind vergangen. Luise hat gebeichtet. Und die Mutter hat die Absolution erteilt. Es war eine lange, wortreiche Beichte und es war eine kurze, wortlose Freisprechung von allen begangenen Sünden. Ach, ist das schön, Mutti, endlich die Wahrheit gesagt zu haben. Mir ist so leicht zumute, wie im Himmel. Ich muss mich richtig an dir festklammern, damit ich nicht plötzlich wegfliege. Ihr seid schon zwei raffinierte Frauenzimmer, ihr beiden. Was tun wir denn jetzt, hm? Na, können wir so tun, als sei nichts geschehen? Nein. Lottchen hat sicher großes Heimweh nach dir. Und du doch auch nach ihr, nicht wahr, Mutti? Ja. Und dich auch. Nach Lottchen und... Und nach deinem Vatergeld? Ja. Weißt du was, Luise? Wir werden in Wien anrufen. Ich bin sehr unruhig, dass Lottchen so lange nicht geschrieben hat, wie du sagst. Lottchen liegt apathisch im Bett. Sie schläft. Der Herr Kapellmeister sitzt am Kinderbett und blickt ernst auf das kleine, schmale Gesicht. Nebenan läutet das Telefon. Ein Ferngespräch aus München, Herr Kapellmeister. Danke. Hallo, hier, Palfin. Hier, Körner. Was? Wer? Du, Luise Lotte? Ja, entschuldige, dass ich dich anrufe, Ludwig, aber ich bin wegen des Kindes in großer Sorge. Es ist doch hoffentlich nicht krank. Doch, doch, es ist krank. Ach. Aber ich verstehe nicht, wieso du... Wir hatten so eine Ahnung, ich und Luise. Luise? Ja, denkt ihr. Die Kinder haben sich in den Ferien ausgetauscht. Zum Donnerwetter. Bist du da, Luise Lotte? Ja, ja. Was fehlt denn dem Kind? Ja, Nervenfieber. Die Krise sind überstanden, sagt der Arzt, aber die körperliche und seelische Erschöpfung sind sehr groß. Ist es ein tüchtiger Arzt? Gewiss, gewiss. Hofrat Strobel, er kennt Luise schon von klein auf. Entschuldige, das ist ja Lotte. Er kennt sie also nicht. Ludwig, Luise will dich sprechen. Vati, hier ist Luise. Grüß dich Gott, Vati. Sollen wir nach Wien kommen, ganz geschwind? Grüß Gott, Luise, das ist ein guter Gedanke. Wann könnt ihr denn hier sein? Ich werde mich gleich erkundigen, Ludwig, wann morgen der erste Zug fährt. Nehmt doch ein Flugzeug, dann seid ihr schneller hier. Risi, hören Sie mal her. Morgen kommt meine Frau. Ihre Frau? Pssst, nicht so laut. Meine geschiedene Frau, Lottchens Mutter. Lottchens? Ja, das Luisel kommt auch mit. Das, wieso? Da liegt's doch, das Luisel. Nein, das, das ist der Zwilling. Der Zwilling? Oh du mein, ich verstehe kein Wort. Was denn für ein Zwilling? Sie werden schon sehen. Zunächst sorgen Sie dafür, dass wir zu essen haben, Risi. Und über die Schlafgelegenheiten sprechen wir noch. Oh du mein, oh du mein. Frau Körner lässt sich wegen dringender Familienangelegenheiten Urlaub geben. Sie telefoniert mit dem Flugplatz und bekommt auch tatsächlich zwei Plätze für das Morgenflugzeug nach Wien. Als am nächsten Morgen der Herr Hofrat Strobl vom Pippel begleitet vor dem Haus in der Roten Turmstraße ankommt, fährt gerade ein Taxi vor. Grüß Gott, Pippel. Grüß Gott, Herr Hofrat. Bist du denn völlig übergeschnappt? Scher dich ins Bett, aber sofort. Den Tod wird sie sich holen. Das Kind, das Verrückte. Es ist nicht das Kind, das sie meine, Herr Hofrat. Es ist die Schwester. Die Schwester? Resi öffnet die Korridortür. Draußen steht der erbsende Peperl mit einem Kind. Die Haushälterin schaut entgeistert und schlägt ein Kreuz. Grüß Gott, Resi. Ja, grüß Gott. Wie geht's, Lottchen? Etwas besser, glaube ich. Darf ich ihm den Weg zeigen? Danke, danke. Ich weiß Bescheid, Resi. So? Na, wenn Sie wieder einigermaßen zu sich gekommen sein werden, Resi, helfen Sie mir vielleicht aus dem Mantel, nicht? Aber lassen Sie sich nur Zeit. Wird schön tausendmal umvergeben. Na, es hat ja heute keine solche Eile mit meiner Visite, denke ich. Als der Hofrat das Kinderzimmer betritt, trifft er vier sehr verwirrte Menschen an. Peperl liegt wie vom Donner gerührt am Fußende des Bettes und blickt immer wieder von dem einen kleinen Mädchen zum anderen. Wie geht's denn meiner Patientin heute? Gut. Haben wir endlich Appetit? Wenn Mutti kocht? Ja. Na, dann gib mal deine Hand. Deine Temperatur ist fast normal. Du bist übern Berg. Herzlichen Glückwunsch, Luiserl. Dankeschön, Herr Hofrat. Oder meinen Sie vielleicht mich? Na, ihr seid mir ein paar Intriganten, aber ganz gefährliche. Sogar meine Peperl habt ihr an der Nase rumgeführt. Also komm, Peperl, reiß dich von den zwei trügerischen Weibsbildern los. Geld, Herr Kapellmeister. Darin werden Sie mir doch recht geben. Ja, ja. Eine Mutter. Das ist eine Medizin. Die kann man nicht in der Apotheke holen. Aber sie hilft. Unter Garantie. Der Abend hat sich auf die Erde herabgesenkt. Im Kinderzimmer ist es still. Luise schläft. Lotte schläft. Sie schlummert der Gesundung entgegen. Frau Körner und Herr Palfi haben bis vor wenigen Minuten im Nebenzimmer gesessen. Nun hat sich der Kapellmeister verabschiedet und ist ins Atelier zum Schlafen gegangen. Eine Stunde später steigt vor dem Haus am Kärntner Ring eine junge, elegante Dame aus einem Auto und verhandelt mit dem mürrischen Portier. Sie drückt ihm Geld in die Hand und eilt die Stiege hinauf. Erraten. Warum lässt du dich am Telefon verleugnen? Findest du das sehr geschmackvoll? Ich habe mich nicht verleugnen lassen. Sondern? Ich war nicht fähig, mit dir zu sprechen. Mir war nicht danach zumute. Das Kind war schwer krank. Aber jetzt geht es ihm wohl besser. Sonst wärst du doch nicht in der roten Turmstraße. Ja, es geht ihm besser. Außerdem ist meine Frau drüben. Wer? Meine Frau. Meine geschiedene Frau. Sie kam heute Morgen mit dem anderen Kind. Mit dem anderen Kind? Ja, es sind Zwillinge. Erst war das Louisel bei mir und seit Ferienschluss dann das andere. Ich weiß es erst seit gestern. Raffiniert eingefädelt von deiner Geschiedenen. Aber sie weiß es doch auch erst seit gestern. Die Situation ist nicht unpikant, gell? In der einen Wohnung sitzt eine Frau, mit der du nicht mehr, und in der anderen eine, mit der du noch nicht verheiratet bist. Es gibt noch viele Wohnungen, wo Frauen sitzen, mit denen ich noch nicht verheiratet bin. Oh, witzig kannst du auch sein. Also entschuldige, Irene, ich bin nervös. Entschuldige, Ludwig, ich auch. Die Zeit, die, wie man weiß, Wunden heilt, heilt auch Krankheiten. Lottchen ist wieder gesund. Sie trägt auch wieder ihre Zöpfe und Zopfschleifen. Und Luise hat wie einst ihre Locken und schüttelt sie nach Herzenslust. Am 14. Oktober haben die beiden Mädchen Geburtstag. Sie sitzen mit den Eltern im Kinderzimmer, zwei Kerzenkränze brennen, jeder mit zehn Lichten. Vati hat einen wunderschönen Geburtstagsmarsch für Zwillinge gespielt. Warum haben wir euch eigentlich nichts schenken dürfen, Kinder? Tja, eben. Weil wir uns etwas wünschen wollen, was man nicht kaufen kann. Und was wünscht ihr euch denn? Lotto und ich wünschen uns von euch zum Geburtstag, dass wir von jetzt ab immer zusammenbleiben dürfen. Dann braucht ihr uns nie im Leben wieder etwas zu schenken. Zu keinem Geburtstag mehr. Und zu keinem Weihnachtsfest auf der ganzen Welt. Könnt ihr es nicht wenigstens mal versuchen. Wir werden bestimmt gut folgen. Noch viel mehr als jetzt. Und es wird überhaupt alles viel, viel schöner werden. Das versprechen wir euch. Mit großem Ehrenwort und allem. Ist es dir recht, Luise Lotte, wenn wir nebenan ein paar Worte miteinander sprechen? Gut, Ludwig. Daumen halten, Lottchen. Bloß Daumen halten. Ich gucke mal durchs Schlüsselloch. Lass mich auch mal, Luise. Oh, Vati gibt Mutti einen Kuss. Jetzt bin ich aber dran, Luise. Nun, immer noch, Lotte? Nein, jetzt gibt Mutti Vati einen Kuss. Herr Benno Gravunder, ein alter, erfahrener Beamter im Standesamt des ersten Wiener Bezirks, nimmt eine Trauung vor, die ihn bei aller Routine ab und zu ein bisschen aus der Fassung bringt. Die Braut ist die geschiedene Frau des Bräutigams. Die beiden einander entsetzlich ähnlichen zehnjährigen Mädchen sind die Kinder des Brautpaares. Der eine Trauzeuge, ein Kunstmaler namens Anton Gabeler hat keinen Schlips um. Dafür hat der andere Zeuge, ein Hofrat, Professor Dr. Strobl, einen Hund. Und der Hund hat im Vorzimmer, wo er eigentlich bleiben sollte, einen solchen Lärm gemacht, dass man ihn hereinholen und an der standesamtlichen Trauung teilnehmen lassen musste. Ein Hund als Trauzeuge. Nein, sowas. Das Neugebackene, genauer gesagt, das wieder aufgebackene Ehepaar, klettert in der roten Turmstraße mit den Zwillingen die Stiegen hinauf. In der offenen Tür wartet Resi im Sonntagsstaat und überreicht der jungen Frau einen großmächtigen Blumenstrauß. Och, ich danke Ihnen schön, Resi, und ich freue mich, dass Sie bei uns bleiben wollen. Ich hätte ja eigentlich nach Hause zurück sollen zum Herrn Vater, Vater, aber ich habe doch das Fräulein Lottchen so arg gern. Zu uns drei anderen sind Sie aber nicht eben höflich, Resi. Ja, mei, ich meine halt. Ja, wollen wir denn ewig hier auf dem Treppenfürstehen bleiben? Aber bitte. Moment, ich muss erst einmal in die andere Wohnung. Alle erstarren. Schon am Hochzeitstag will der Vater wieder ins Atelier am Ring. Herr Palfi zückt einen Schlüssel und schließt in aller Seelen Ruhe auf. Lottchen rennt zu ihm. An der Tür ist ein neues Schild angebracht und auf dem neuen Schild steht deutlich zu lesen Palfi. Oh, Vati. Hast du wirklich mit deinem Gabel getauscht, Vati? Jawohl, meine Damen. Prima, du bist der Wächter, Vati, der Welt. Ruhe, ruhe, ruhe. Ihr schert euch jetzt mit der Resi in die Küche und helft ihr. Ich zeige der Mutter inzwischen meine Wohnung. In einer halben Stunde wird gegessen. Wenn es so weit ist, klingelt ihr. Verstanden? Jawohl, Herr Kapellmeister. Auf gute Nachbarschaft, Herr Kapellmeister. Was für eine Überraschung, Ludwig. Eine angenehme Überraschung, nicht wahr? Ja. Es war schon lange Lottchens Wunsch, bevor es auf der Meine wurde. So? Ja, ja. Gabel hat den Feldzugsplan bis ins Kleinste ausgearbeitet und die Schlacht der Möbelwagen eingeleitet. Na, sowas. Luise steht mit einer Küchenschürze geschmückt auf einem Stuhl und heftet mit Reißzwecken die Titelseite der Münchner Illustrierten an die Wand. Dieser Herr Eipeldauer, uns so hineinzulegen. Wir dachten doch, wir hätten alle Fotos zerrissen. Wir haben halt nicht an die Negative gedacht. Da kann er noch hunderte von Bildern abziehen. Weißt du was, Lotte? Wir werden dem Herrn Eipeldauer einen Brief schreiben und uns bei ihm bedanken. Ach, schön ist das. Welche von euch beiden ist denn nun eigentlich welche? Also, ich saß, als uns der Herr Eipeldauer knipste, glaube ich, links. Nein, Luise, ich saß links, oder? Ja, wenn ihr selber nicht wisst, wer welche ist. Nein, wir wissen es wirklich selber nicht. In der Nebenwohnung fragt Frau Palfi fast erschrocken, Wirst du denn bei solchem Lärm arbeiten können, Ludwig? Nur bei solchem Lärm. Und indes nebenan das Gelächter einschläft, spielt der Kapellmeister seiner Frau aus der Kinderoper das Duett im Ess-Duo vor, das bis in die Küche der Nachbarwohnung dringt. Die drei hantieren sehr leise, so leise wie möglich, um sich auch ja keinen Ton entgehen zu lassen. Wie ist das eigentlich, Resi? Wenn nun Vati und Mutti wieder mit uns zusammen sind, können Luise und ich doch noch Geschwister bekommen, oder? Ja, freilich, Lottchen. Wollt ihr denn welche haben? Natürlich. Buben oder Mädels? Buben und Mädels. Und lauter Zwillinge. Nur bei solchem Lärm. Und die drei hantieren. Wie ist das? Ja, ich bin ein bisschen Denter. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020